Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir einen Trio-Escape. Mit den drei Idioten. Brexys und Odoman sind heute auch am Start, Freunde. Ich gehe in die Mitte, Jungs. Und ich sehe schon, da hinten sind irgendwelche Zahlen, die wir gleich machen müssen. Aber apropos Zahlen, Freunde, lasst ein Like da. Wir wollen die 800 Likes erreichen. Oder sagen wir sogar 1000. Fetzt mal ein Like rein. Wir wollen das erreichen. Und wie ihr sehen könnt, das ist zwar jetzt nicht meiner, aber es gibt jetzt einen QR-Code, damit man einen Creator-Code hinzufügen kann, Freunde. Mal gucken, vielleicht habe ich bald auch sowas und dann könnt ihr das auch eingeben. Richtig nice gemacht. Und wir gehen rein, Jungs. Oh yeah. Und hier haben wir so Scheiben. Wir können uns gegenseitig ein bisschen helfen. Auf jeden Fall habe ich blaue und grüne Zahlen bei mir in der Mitte. Ich habe Bücherregale, Bro. Okay, ich kann die... Mit den Zahlen kann ich... Doch, ich kann die hauen. Ich habe gerade die 7 gehaut. Warte, ich habe auch die 7 gehaut. Ja. Aber bringt nichts. Bücherregal. Ich habe nur so einen blauen Puzzle und Betten hier. Ein blaues Puzzle und Betten. Okay. Und du hast Bücherregale und ich habe Zahlen. Du hast Zahlen, André, und ich habe nur die 7. Ich habe die 4. Ich habe die 4 hinterm Bett. 4. Dann musst du 4 hauen, André. 7 und 4 hauen. Warte, es gibt mehrere 7. Welche Farbe, Odermann? Grün, grün, grün. Grüne 7. Grüne 7. Und welche Farbe hat sie bei dir, Brax? Blau, blau. Ja, Mann, was ist hier, Junge? Okay, 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 okay. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Level 1 schaffen, bin ich ehrlich. Guck mal, wir müssen uns gegenseitig was schmeißen. Ja, guck mal, ich brauche wahrscheinlich... Ich muss irgendwas aufsammeln. Ich habe Ahornsirup gefunden im Regal. Ja, okay, das brauche ich, glaube ich. Ich brauche Ahornsirup und Milch. Ich glaube, du bist der Mittelsman. Milch? Warte, ich brauche Milch. Warte, hallo, gibt es hier Milch? Aber ich glaube, ich selber kann gar nichts nehmen, oder? Ich kann auch nichts nehmen, also ich brauche keine Milch. Doch eigentlich müsste bei dir irgendwo Milch rumliegen. Woher willst du das wissen, ohne dass du hier bist, Digga? Sag mal bitte. Doch, ich weiß das. Er weiß es einfach so, okay? Hast du bei dir einen, wo du was reinpacken kannst? Hier ist ein Loch bei mir. Nur ein Loch, aber du hast nicht so ein Automat, wo du was reintun kannst, damit du weiterkommst. Nein, nein, nein. Okay, dann müssen wir beide mir was geben. Ja, ja, ja. Hier, ich gebe euch mal meinen Ahorn. Ich brauche fünf Stück. Im Regal, im Regal, bei mir im Regal. Ja, okay, ich habe fünf Ahorns. Ich brauche nur noch fünf Milch. Ich habe keins. Ach, du findest schon was. Ich habe keins. Vielleicht muss ich das auch selber finden. Oh, über uns ist so ein Viereck in Gelb. Oh, Maschine, Maschine. Ja, bei mir ist oben die Milch. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Die gore Milch, Digga. Hey, cool. Ich musste gar nichts machen. Hat mir gefallen. Hier ist ein bisschen Milch. Guck mal diese Rakete oder man kann sich die bitte ändern, Digga. Nein, Digga. Weißt du warum? Weil die geht in dich rein. Okay, wir sind weiter, Jungs. Yeah. So, ich habe hier wieder ein gebrockenes Glas. Bei mir ist eine Zone, Digga. Bei mir ist nichts. Die Zone geht manchmal weg. Habt ihr irgendwas gemacht gerade? Ich habe draufgegengehauen. Pass auf. Hauen wir nochmal gegen. Ach so, ich muss hier stehen, glaube ich. Ah, guck mal, Brex muss da stehen. Okay, du musst jetzt nach links hier stehen. Da ist auch so bei mir so ein Ding. Oder? Geh mal auf die rechte Seite. Ah, warte, 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 warte. Nee, ich habe hier nichts. Ich bin wieder nur mittels, Mann. Oder, Mann, du musst irgendwo stehen. Bei mir ist hier ein Sniper, den ich nehmen muss. Bruder, ich weiß nicht, wo ich stehen muss. Bei mir ist... Geh mal wieder auf die Fläche, Brex. Ja. Dann kommst du aber zu mir. Stell dich mal... Ach, hinten, deine Fläche ist auch weggegangen, Oder, Mann. Also eine. Eine ist weggegangen. Guck mal, Brex, geh mal... Guck mal in die Richtung, Oder, Mann. Zur Fläche, hinter dir. Ja. Brex, geh mal runter. Und geh mal wieder rauf. Guck, da geht eine weg. Okay, dann musst du jetzt was machen, Digga. Ja, nur was? Also ich habe gar nichts hier. Ich bin einfach nur ein Weg. Das war's. Warte mal. Ich bin nur ein Weg. Brex, du kannst dir vielleicht irgendwas geben. Ja, ich brauche die Sniper. Hier ist eine Fläche bei mir. Oh, vielleicht braucht André die Sniper. Du brauchst die Sniper, André. Aber ich komme da nicht rein. Wieso nicht? Ist bei dir keine Fläche, Oder, Mann? Bei mir ist... Nur da drin, da hinten. Aber da sind zwei Zonen bei mir hier. Ja, guck mal. Dann stehe ich jetzt hier. Kannst du durch? Warte mal. Ich brauche auf jeden Fall die Sniper. Weil die Sniper... Weil bei mir ist hier ein Elch an der Wand, den ich wahrscheinlich abschießen muss. Ja, den musst du abschießen, genau. Wir müssen Kettenreaktionen machen. Reaktionen. Guck mal, du kannst... Guck mal, du kannst bei dir hoch. Ich glaube, das liegt an Brex gerade. Du kannst bei dir hoch, André. Bei mir hoch? Ja. Dann mach nochmal auf, Brex. Okay. Jetzt bei dir hoch. Und da muss eine Fläche sein. Noch eine Fläche. Warte, 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 warte. Okay, okay. Jetzt geht ein irgendwas aufbauen. Ja, ja, ja. Brex, jetzt muss... Sniper, Sniper. Brex, du musst da stehen bleiben. Ja, ja, ja. Ich habe die Sniper jetzt. Achso. Bei André. Ja, einer muss wieder für mich aufmachen. Ja, mach ich. Du musst sie hinlegen und wieder auf die Fläche. Okay. Habe ich. Okay, 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 okay. Boah, wir sind die Besten. Oh mein Gott. Ja, ich habe sie. Die Sniper. Geh hoch. Nee, leg sie zu mir hier. Und dann wieder hoch, ne? Und dann wieder hoch. Boah, sie liegt perfekt. Okay. Und jetzt mach auf. Mach beide auf. Ich stehe. Perfekt. Jetzt stehe ich. Und jetzt... Wie soll ich die Sniper holen? Kommst du da nicht durch? Nein, mit meinem Portal geht es auf. Nein, du musst da hin, André. Du. Er macht sie dir auf. Du musst durchschießen. Ah, du musst durchschießen, André. Du musst durchschießen. Nein, Brex muss durchschießen. Brex muss, glaube ich, durchschießen. Brex muss durchschießen. Und du musst hoch, André. Ich muss hoch. Komm her. Nimm die Sniper nochmal. Genau. Jetzt musst du wieder für mich aufmachen. Dann muss ich hochgehen, aufmachen. Und du musst durchschießen. Und du musst aber auch da hin bleiben, Brex. Digga, Junge, was ist er für Da Vinci Code, sein Opa? Er hat echt Da Vinci Code gemacht. Jetzt musst du durchschießen. Schieß durch. Maschine, Digga. Junge. Ey, warte mal, Brex. Du musst nochmal wieder rauf. Ich bin eingesperrt. Warte, ich geh rauf. Geh du raus. Brex bleibt drauf. Muss ich drauf? Jetzt. Bist du immer noch eingesperrt? Was machst du da? Warum du? Brex muss da bleiben? Ach ja, stimmt. Bis ich weggehe. Nee, du musst wieder weggehen. So? Ja? Warte, ich bin drin. Jetzt kann André raus. Jetzt kann ich raus. Und jetzt kann Brex raus. Okay. Ja. Maschine, let's go. Let's go, let's go. Okay, bei mir sind Eiers. Ich habe auch ein Ei, nur ein Ei. Blau-Gelb. Blau-Gelb, auch bei mir geriffelt. Okay, blau-gelb geriffelt. Was ist geriffelt? Ja, so gestreift halt. Also, so kreismäßig, so Regenschirm. Nee, bei mir sind das so Streifen nach unten geriffelt. So wie Riffelchips. Riffel. Riffelchips. Ah, beides geschlagen. Äh, hat nichts gebracht. Okay, ihr müsst mir genau die Farbe sagen. Ist eines von den Eiern von euch Metallic? Nein, blau-gelb. Bei mir ist es blau-gelb und es ist gestreift, aber halt so gerade runter. Genau, bei mir auch, ja. Den habe ich schon geschlafen. Geschlagen. Hier, ich habe ihn nochmal geschlagen. Hm. Ah, ich kann es leider auch nicht sehen. Hm, wir cheaten einfach. Discord-Übertragung. Hallo, ich bin da, André. Du kriegst jetzt erstmal ein... Zeig mal, welchen du geschlagen hast. Ich habe den hier geschlagen. Ja, das ist, das ist meiner. Und meiner ist hinter dir. Der hier. Ja. Er sagt, geht... Das ist doch, hier ist auf. Ist doch geriffelt. Hä? Das ist absolut nicht geriffelt, aber alles gut, Digga. Das ist absolut nicht geriffelt, Digga. Okay, ich wollte gerade selber streamen, aber ich will Odomans streamen ausmachen. So. Okay, Jungs, ich habe zwei... Diese Wasserdinger zum hoch- und runterfahren. Bei mir ist grün. Und einen gelben Spot. Guck mal, ich habe grün gemacht. Was macht das? Wir müssen uns absprechen wahrscheinlich. Okay, ich habe nur unter Wasser. Das geht nur nach unten bei mir. Interagieren, interagieren. Warte, ich drücke mal den roten. Ist irgendwas bei euch passiert? Nein. Also ich habe eine gelbe Fläche bei mir. Ich habe einen grünen Punkt. Ich habe nichts bei mir. Ja, ich auch. Okay, dann nur Wasser. Hast du gelb bei dir, Odoman? Als Drehding? Kann ich jetzt nicht mehr hin, weil ich bin schon bei grün oben. Aber ich kann nicht mehr runter. Ich habe nur grün. Kannst du jetzt wieder runter? Ja, jetzt kann ich wieder runter. Okay. Okay, okay. Ich kann auch runter. Ich kann auch runter. Ja, dann geh mal runter. Jetzt habe ich grün. Ich habe blau jetzt. Blau. Okay, dann mache ich blau. Warte. Hat was funktioniert? Nee. Warte, ich mache den anderen. Grün. Bei mir geht Wasser wieder hoch. Bei mir ist auch Wasser wieder oben. Aber ich habe eine Barriere vor mir. Ja, ich auch. Also bei mir ist eine gelbe Fläche. Irgendwer von euch muss irgendwas gelbes drehen. Brex muss gelb drehen. Ich habe grün und blau. Ich habe nur grün hier unten. Und eine gelbe Fläche. Sonst habe ich nichts. Ja, ich habe auch eine gelbe Fläche. Also keine Fläche. Also gelbe Barriere. Sorry. Gelbe Barriere. Hmm. Okay, warte. Ich mache mal wieder blau an. Jetzt geht Wasser bei mir runter. Ja, bei mir auch. Okay. Schwierig, Freunde. Hast du was Grünes bei dir? Ich habe nichts Grünes. Ich habe was Grünes. Warte, dann schlage ich für dich mal. Passiert was? Warte, mach mich mal hoch wieder Wasser an, André. Ja? Ich glaube der, ne? Ja, genau. Warte. Ja? Geh mal hoch. Okay, ich bin oben. Ich bin bei grün, Brex. Okay, ich schlage. Schlag. Passiert was? Bei mir ist auf. Mach, was du gemacht hast. Bei mir war gerade auf. Bleib mal da. Warte, ich gehe drauf. Okay, ich bin drauf. Okay, okay. Ich fliege jetzt hoch. Das war wegen mir. Ich muss auf die gelbe Fläche. Ich habe jetzt eine blaue Fläche vor mir, wo ich drauf stehen kann. Okay, dann warte. Dann André macht Wasser wieder weg. Dann muss ich runter und dann haben wir blau und dann sind wir durch, glaube ich. Ja. Ja, warte. Wasser weg. Junge, wegen deinem komischen, wie du redest, muss ich husten, Mann. Kommst du, Marcel? Junge, ich habe halt ein Kloß im Kloß. Okay. Ich habe blau aufgemacht jetzt. Okay, jetzt muss Brex für mich wahrscheinlich aufmachen. Blau ist auf. Ich brauche Wasser. Ich brauche wieder Wasser. Bei mir ist was zugegangen jetzt. Warte, muss ich jetzt runter oder hoch? Okay, ich brauche Wasser, Bro. Ich brauche auf jeden Fall Wasser. Wieder nach oben. Wasser? Ja. Okay, warte, mache ich dir an. Ich glaube, der, oder? Ja, Wasser kommt. Ja? Muss ich auch wieder auf grünen? Ich habe ein Puzzle. Muss Wasser wieder wegmachen? Ja, ich mache wieder weg. Ja, ich fahre runter. Wow, wie tief. Warte mal, ich hätte auch rüber müssen. Okay, ich habe jetzt gelb. Wer braucht gelb? Ich will nicht draufschlagen. Wir haben gefettlingert. Warum? Weil ich auch hätte rüber müssen. Mach mal gelb aber, weil ich komme hier nicht mehr rein. Warte, soll ich wieder runterfahren? Wasser hochfahren? Oder was soll ich machen? Oder muss Brax jetzt zurück? Ich glaube, Brax muss zurück, weil ich habe gesehen, dass es da weitergeht und ich kann hier nicht durch. Okay, ich gehe wieder hoch. Ich gehe wieder zurück. Kein Problem. Also wir müssen wieder zu grün. Du musst Wasser bitte wieder runter machen. Ja, ich mache wieder runter. Ich bin wieder bei grün. Ich glaube, ich habe Wasser runter gemacht, ne? Ja, ich bin wieder bei grün jetzt. Okay, ich auch. Ist bei dir was geöffnet, André? Bei mir wird sich nichts öffnen, glaube ich. Brax, bei dir? Bei mir ist zu. Barriere. Jetzt ist es auf. Okay. Bist du durch? Ich bin durch. Ja, jetzt brauche ich Wasser. Okay, warte. Hast du blau? Hast du blau? Oben hatte ich gerade blau, ja. Ich brauche aber Wasser dafür. Okay, mach Wasser, André. Ich mache Wasser, André. Okay, Brax macht blau. Ich mache Wasser, André. Okay, jetzt habe ich blau. Ich stehe drauf. Ja, let's go. Ich bin durch, okay? Wir müssen rüber. Ja, ja. Läuft, läuft. Kann ich jetzt auch weiter? Puzzle, ja, du kannst auch weiter. Okay, ich schwimme hoch. Jetzt muss Wasser weg. Wasser runter? Ja. Zack. Oh, ihr geht gleichzeitig runter. Ich sehe eure Namen. Und jetzt haben wir beide gelb. Ich habe gelb. Okay, mach auf das Ding. Ich schlag. Ihr müsst einfach raufstellen, glaube ich. Geht nicht, wir müssen schlagen. Jetzt Barriere auf bei mir. Jetzt ist es bei mir weg. Ich habe einen Knopf hier. Ich kann den Knopf drücken. Ja, ja, mach mal. Warte, bei mir auch einschalten. Hab gemacht. Ich auch. Ja, let's go. Oh mein Gott, ich habe da Binge. Was für ein Next Level Shit. What the hell, Alter. Okay, Jungs. Du hast hier was. Ihr seht, ich habe einen Knopf. Ich schalte ihn ein. Okay. Boah. Wasser geht hoch bei mir. Ja, gehen wir hoch. Bei mir, ich kann einfach durchgehen. This task is difficult. If you have to skip, press the ask your mate before pressing. If you press, skip this level. Oh, okay. Ich habe hier irgendwie. Ähm, bei mir ist eine Rote Linie. Oh nein, Jungs. Ihr müsst mir erklären, wo ich lang gehen muss, glaube ich. Das Ding ist, wir können aber. Ach, man hat dich da durch. Ja, mir auch. Ich habe genau das gleiche wie du, André. Genau das gleiche. Oh shit. Aber könnt ihr noch irgendwas aktivieren, weil ich kann da nicht drauflaufen irgendwie. Du musst was aktivieren, weil hier ist eine Barriere. Wir können nicht. Oh, die Tür ist zugegangen bei mir. Ich habe was deaktiviert. Was deaktiviert? Ah, nee. Bin tot. Geht nicht. Ja, ich auch. Okay, warte. This task is difficult. Also, er sagt das schwer, aber was soll man machen? Ich bin oben. Ich kann euch sagen, wo es lang geht, aber ich kann hier nicht durch, weil hier eine unsichtbare Barriere ist, die mich tötet. So eine rote, ne? Ja. So eine rote Linie, aber die ist ja extra da. Also, irgendwer muss dir vorher sagen, bevor du machen kannst. Ich komme. Warte, ich aktiviere nochmal. Einschalten. Hat sich irgendwas geändert? Nee. Äh, äh. Nee. Also, ich kann schon ein bisschen sehen. Also, ich weiß aber nicht, ob das was bringt. Vielleicht müssen wir es kippdrücken. Vielleicht ist das... Nee, ich sehe euch beide, aber ich... Oh, Digga, wie soll man das denn machen, Bro? Okay, ich habe schon mal einen geschummelt. Ich muss ganz links sein. Wo bist du, Andre? Also, der ganz linke ist schon mal richtig. Ich glaube, wir müssen einfach raten, Jungs, sage ich euch ehrlich. Nee, das kannst du nicht raten, Bro. Doch. Okay, Andre, warte, warte, warte. Lauf. Ja, warte. Der dritte ist schon mal richtig. Also, ganz links und dann zwei nach rechts. Nein, nein, nein. Äh. Du kannst direkt vorne... Ah, ich bin gestorben. Okay, der ist auch falsch. Du musst, ähm, bei dem... Wenn du vor dem Ding stehst, hast du ja so Vierecke auf dem Boden, ne? Ja. Du musst den... den dritten von links nehmen. Da stehe ich gerade. Nicht du, Brex, äh, Andre muss. Ihr habt verschiedene. Ja, bei mir ist es halt nur rechts. Du kannst ein Kästchen nach vorne. Hä? Hä? Du siehst das kaum, ne? Warte, ich check, ich check, ich check. Ich ziehe das kaum. Ey, bei mir ist das versetzt. Das heißt, alles, was ich mache, ist bei dir links. Nein, ist es nicht. Was du machst, ist bei mir... Doch, ich bin rechts. Nein. Ich stehe rechts. Ich sehe es doch, dass es nicht so ist, Brudi. Okay. Okay, die einzige Möglichkeit, die ich gehen kann, ist rechts. Bei mir ist es... Man muss entweder raten wir, oder wir skippen das. Bro, wir müssen das skippen, weil ich komme hier nicht durch. Junge, er ist super nervig, der Typ. Er sagt difficult, aber erklärt nicht, was man machen soll. Guck mal, ganz kurz. Guck mal, ganz kurz. Ich sehe alles nur so. Warte, ich schaue. Okay, hier könnt ihr sehen. Hä? Ah, sie ist von links. Er hat Spawnschutz, er hat Spawnschutz. Ah, ich hatte Spawnschutz. Okay, warte, dann lasst den Skip drücken, Freunde. Ihr seht, ohne man wäre eigentlich immer... Okay, warte, jetzt haben wir doch... Ah, jetzt kannst du es mir eigentlich zeigen, ja. Okay. Vielleicht musstest du mit Spawnschutz rüber. Vielleicht war das das Ding. Ja, vielleicht war das das Ding. Warte mal, kann ich da drauf? So, okay, Friends. Also, du siehst mich schon. Warte, du stehst... Okay, ah, die Linien sind richtig. Also, nach links. Okay, du musst jetzt nach links. Nee. Ich glaube geradeaus, das sind Grenzen. Ah, nee, sorry, sorry, okay, nee, sorry. Du musst ganz links anfangen, André. Ein vor. Ja, genau, stopp, warte, warte. Das habe ich ja schon rausgefunden. Jetzt gehst du vorne, geradeaus, ein stopp, rechts. Und jetzt ist hier so ein blaues Ding, Digga. Noch ein rechts. Ich glaube, muss ich rüberspringen, oder? Ich glaube. Ja. Ja, okay. Jetzt musst du, warte, ja genau, rüber. Rüber, noch eins. Nein. Ah, RIP. Ich gucke immer Discord ganz nebenbei, deswegen. Ach so, ach so. Cheater. Eine Zone kommt? Okay, los. Äh, checke ich nicht. Dann eins vor, eins vor. Rechts. Noch eins rechts. Eins vor. Links, 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 links. Ganz links nach links. Jungs, woher kommt auch Zone? Vor, 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 vor. Rechts. Nach hinten. Nein, nein, ein nach hinten. Okay, aber ich habe mir den Weg gemerkt. Aber die Zone bleibt einfach stehen. Okay, äh, noch rechts. Noch eins vor und rechts. Stimmt. Vor, links. Links, 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 links. Vor, 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 vor. Warte, warte. Noch eins. Noch ein Kästchen. Stopp. Re, äh, zwei. Ein rechts. Nach hinten. Ein. Ein rechts. Gerade. Warte, stopp. Äh, ganz nach links. Ja. Äh, ein gerade. Rechts, 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 rechts. Warte, stopp. Äh, den fällt, genau. Und jetzt ein nach vorne. Ein nach rechts. Und geradeaus rein. Oh mein Gott, sehr gut. Aber das war nur eins, Bro. Jetzt musst du das Ganze nochmal Brexit zeigen. Warte, Freunde, ich mache den Spätschamp. Lauf. Gerade, gerade. Stopp. Rechts. Vor, vor, vor. Links. Links, 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 links. Ganz nach links, Bro. Ganz nach links. Dann ein gerade. Dann wieder ein rechts. Stopp. Gerade. Okay, okay. Links. Oh mein Gott. Vor ein. Dann rechts. Und noch ein rechts. Dann nach hinten. Hinter dir. Eins, zwei, noch ein. Stopp. Nach rechts. Gerade. Oho. Jungs Performance, Digga. Stopp. Äh, warte. Noch ein gerade. Oh mein Gott. Ein. Ja? Geradeaus ein. Dann wieder rechts ein. Dann wieder gerade ein. Dann ganz nach... Nee, zwei nach links. Eins, zwei. Stopp. Nach hinten ein. Äh, ein nach links. Und geradeaus rein. Oh mein Gott. Stopp, stopp, stopp. Du. Du. Oh mein Gott. Geradeaus. Geradeaus. Stopp. Nach rechts ein. Geradeaus. Nach links. Sehr schön. Du machst das gut. Geradeaus nach vorne. Jetzt nach rechts. Ganz nach rechts. Ein geradeaus nach vorne. Maschine. Jetzt weiter geradeaus. Nein, stopp, stopp, stopp. Nach links. Sorry, nach links. Äh, geradeaus. Ein nach links. Sehr gut. Jetzt nach hinten musst du gehen. Eins. Jetzt nach links eins. Geradeaus. Nochmal geradeaus. Stopp. Jetzt nach rechts. Ganz nach rechts. Ein geradeaus. Nach links. Ein geradeaus. Nach rechts. Und ein geradeaus. Jetzt haben wir nach links. Ganz nach links. Und jetzt lauf wie ein Mann da durch. Oh, ich bin ein Löwe. Okay, 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 okay. Warte. Jetzt muss ich irgendwas. Jetzt muss einer für mich machen. Ich glaube, Breaks muss für mich, ne? Ich muss für dich, ja. Okay, pass auf, mein Löwe, mein Bär. Okay. Wo fang ich hin? Du musst ganz nach rechts. Ja. Dann gehst du nach vorne ein. Ja. Jetzt nach links. Komplett nach links, wie du noch nie gelaufen bist. Dann geradeaus. Ich sage stopp. Lauf, 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 lauf. Nein, sag immer wie viel, bitte. Okay, drei geradeaus. Eins, zwei, drei. Noch eine. Stopp. Jetzt nach rechts. Ein nach hinten. Einen nach rechts. Noch ein nach rechts. Geradeaus. Ja. Jetzt nach links ein. Geradeaus. Dann die nächste Abfahrt nehmen. Wie gehen wir bitte nach rechts? Sehr gut. Geradeaus. Nochmal geradeaus. Eine noch geradeaus. Und jetzt nach links. Jetzt bitte einmal nach hinten drehen. Und einen zurück. Sehr gut. Jetzt nach links. Ganz nach links. Stopp. Und jetzt läufst du wie ein Bär da durch. Boah. Wie mein Löwe, mein Bär, mein Can-A-Bär, mein Junge. Okay, ich muss euch jetzt erklären. Digga, er hat uns hops genommen. Aber jetzt muss ich euch erklären. Okay, ich mache zuerst Breaks. Okay. Okay. Also, Waxes, du fängst an mit der Weiße. Der linke Weiße. Der hier. Ja, genau. Ist ein bisschen Kacke zu erklären. Ein nach links. Yes. Bleib immer genau so gerade in die Richtung stehen, wie du gerade stehen willst. Versuch nicht rückwärts zu laufen. Ein geradeaus. Yep. Nach rechts. Noch ein nach rechts. Nein, nach hinten. Dann ein nach rechts. Genau. Geradeaus. Noch ein geradeaus. Gar. Nee, nee. Zwei nach links. Ja, genau. Oh mein Gott, ich habe Angst. Drei nach vorne. Eins. Zwei. Drei. Ein nach links. Ein nach vorne. Jetzt. Zwei nach rechts. Eins. Zwei. Nach hinten. Zwei. Eins. Nein, ich bin dumm. Warum lügst du? Ich bin dumm. Ey, diese Stache, diese komische Stange so scheiße gemacht, Digga. Also wirklich. Gibt es hier einen Skip, Mann? Ja, lass mal. Nicht, Freunde, wir müssen das, wir müssen das echt durchziehen. Doch bei mir ist ein Skip. Hä? Ich bin ganz am Anfang wieder. Nein. Ich glaube, wir haben es gebrickt, oder? Warte, ich sterbe mal. Soll ich mal sterben? Dann können wir skippen. Weil ich kann nicht mehr zurück, weil hier Wasser ist. Ja, du musst sterben. Oh, du Mann. Also ich kann natürlich gerade auslaufen. Also ich habe hier einen Skip. Ich habe auch einen Skip. Warning, back to level start. Warte, ich kann zurück. Dann sterbe ich mal? Ja. Ich bin am Anfang. Wir müssen das aber gleichzeitig drücken, hat er gesagt. Ja, okay. Dann seid ihr bei dem Skip-Point? Ja. Ja. 3, 2, 1, go. Ja. Okay, wir müssen jetzt alle gleichzeitig skippen und dann hoffentlich klappt das. Freunde, wir haben es geschafft. Das wäre jetzt wieder nur dumm rum erklären. Ich bin drüben. Ich bin auch drüben. Okay, ich auch. Aber hier ist zu jetzt. Ja, jetzt da einschalten. Achso, ihr müsst den Knopf einschalten, Jungs. Ja. Hab ihn. Okay. Und jetzt schalte ich den ein. Let's go. Junge, was ein Krampf, Freunde. Okay, das war wirklich schwer. Okay, ich habe Kohle. Ich habe eine Kohle. Ich habe eine lila Plattform. Okay, bei mir ist Wasser. Einer muss mein Wasser wegmachen. Dann kann ich nach oben gehen. Oder nee, warte mal. Ich kann doch hochschwimmen, ich dumm Kopf. Warte mal, kann ich das da reinschmeißen? Ich habe Luftballons. Ich habe Luftballons. Okay, die kann ich, glaube ich, gebrauchen. Ich brauche Kohle und Mais. Ich habe Kohle. Ich habe hier einen Knopf. Soll ich den Knopf drücken? Ja, drück mal. Gedrückt. Der ist an. Bei mir ist nichts passiert. Was ist rechts bei dir? Da ist sowas Schwarzes. Ja, da geht es weiter. Also ich brauche... Ah nee, guck mal, hier ist... Oh, ich habe geklettert. Der Knopf hat mir geholfen. Oh, stopp. Ich habe Luftballons. Ich kann hochfliegen. Ja, okay. Hier ist irgendwas. Ich gehe durch. Hier ist eine Barriere. Drück mal auf den Knopf. Warte. Ich habe hier jetzt eine Barriere. Ich bin über André. Siehst du das, André? Nein. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Jemand muss mir hier diesen Knopf öffnen. Warte, ich gucke nochmal bei mir rum. Also ich habe auf jeden Fall Kohle für dich, oder man? Ja, ich brauche noch Mais. Mais habe ich auch. Also die beiden Sachen muss Brax irgendwie wahrscheinlich bei mir abholen. Genau. Aber die Frage ist, wie öffnen wir das Ding bei ihm? Ich, hier, die Barriere ist offen, oder? Hier, hier, hier. Komm her. Werf rein, werf rein. Achso, stimmt, du kannst ja gar nicht. Ja, leg rein. Warte, ich gehe wieder raus. Okay, okay. Ich hole. Brax, bleib da. Brax, bleib da. Ja. Jetzt hat der schon den Knopf gedrückt, aber ist nicht schlimm. Ich kann klettern. Ja. Ich kann aber wieder hochgehen, wenn du brauchst. Nein, 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 alles gut. Alter, Ballons, das passt. So, hab aktiviert. Okay, ich komme runter. Ja, ich kann jetzt hier Vogel nehmen. Ich brauche, glaube ich, Luftballons oder so. Los, Ballons. Hier ist, achso. Hast du noch Luftballons mitgenommen, Brax? Ja, ich habe noch Luftballons. Soll ich nach oben gehen? Warte, 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 warte. Ich mache jetzt mal Korkra. Guck mal, hier ist ein Knopf, Brax. Guck mal, den kannst du drücken. Den habe ich gedrückt. Den habe ich gedrückt. Der ist aber rot bei mir. Okay, warte, ich gehe jetzt hoch. Geh mal hoch. Ich glaube, wir cheaten gerade ein bisschen. Wir spielen das nicht so, wie es sein sollte. Doch, das muss so sein. Ich habe den Knopf gedrückt. Warte, wie nimmt man die Ballons jetzt auf? Ich kann die Ballons nicht aufnehmen. Nee. Nee, ich glaube, die muss... Ich muss hier rüber mit den Ballons auf jeden Fall, Digga. Ja. Weil ich muss da hoch den Knopf drücken, wahrscheinlich. Ich glaube, wir brauchen irgendwie alle Ballons angeblich. Warte, ich gehe mal hoch. Ich drücke mal den anderen Knopf. Warte kurz. Ja, gehe mal hoch und drücke mal den Knopf. Und nimm mal Ballons mit. Ja, ja, ja. Für uns beide. Ja. Weil ich brauche... Ich weiß nicht, was ich mit diesem Vogel machen soll. Okay, ich bin jetzt hier. Ich drücke den Knopf jetzt wieder nach unten. So, habe ich gemacht. Ja. Geh mal die Balance. Da geht irgendwas hoch und runter. Ja, bei mir. Damit ich hier hochkomme. Das ist voll useless. Ja, okay. Ja, ich auch. Weil ich muss da hoch. Aber damit haben wir trotzdem nicht die Barriere geöffnet. Ja, weil bei mir noch der Knopf rot ist, Bro. Ach so, stimmt. Ja. Ballons mit Breaks. Wie kommen Breaks zu dir? Ja, unten durch dieses Loch wieder werfen, André. Ach so. Ah, warte mal. Ich muss zu dir. Ja, stimmt. Du gibst ihnen die Ballons... Ah, ja. Du Ballons mit, Bro. Komm zu mir, komm zu mir. Du musst nochmal auf die Fläche, Odomann, damit wir hier unter durchgehen können. Komme. Genau, jetzt kannst du Ballons droppen. Hier. Und du brauchst auch Ballons. Warte mal. Kannst du die überhaupt nehmen? Weil ich könnte die jetzt mit meinem Vogel auch nehmen und dir geben. Ja, du musst den Vogel machen. Oh, warte, warte. Ja? Oh, geht. Geil, 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 geil. Du hast auch welche, ne? Ich habe auch welche. Also eigentlich musst du noch... Dann muss ich jetzt wieder zurück. Ja, geh du mal lieber wieder zurück. Nicht, dass du bei mir durchgehst und wir haben alles verpackt. Ah, ist offen. Ja, ist offen. Okay, ich gehe kurz zu mir. Warten wir, bis Breaks zurück ist. Ja, bei mir ist er auch offen. Let's go. Okay, okay. Wir haben hier Waffen, Jungs. So, ja. Das ist glaube ich, das letzte Level. Wir müssen kämpfen. NPCs Zerstörung. Oh, die Digger sind stark. Okay, zerfetzen, zerfetzen. Ey, ich... Breaks, du bist unser Dings. Du Maskottchen einfach. Ich schwör. Lass meine Freundin in Ruhe. Ey, Gewalt ist keine Lösung. Okay, wir haben alle geklatscht, Jungs. Sehr schön. Ich glaube... Sehr schön. Und jetzt? Jetzt? Hier sind noch mehr Waffen. Ich kann diese... Oh, jetzt kommt was Großes auf uns zu, glaube ich. Oh nein, oh nein. Jetzt kommt Boss. Müssen wir jetzt eins gegen fünf machen? Bosskampf, Bosskampf. Macht euch juicy, macht euch juicy. Mach mich juicy. Ach so, man hat nicht unendlich davon, okay? Doch, du kannst einfach die ganze Zeit holen. Ja, ja. Das... Ich meine, insgesamt unendlich. Okay. Aber jetzt? So, ich bin juicy. Und jetzt gehen wir rein. Wie kommen wir da jetzt hin? Aber wo rein? Und? Es geht auf, es geht auf. Wir müssen hier stehen. Es geht auf, André. Yo, mit Ant-Boss, Man-Boss, wie ist das? Ich schwöre Ant-Boss, yo. Ich bin tot, Digger. Was haben die Fame, Bro? Ist gut, ich bin wieder da. Ich habe aber keine Waffen mehr. Okay, 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 okay. Rein da. Abfahrt. Klatschen, Boss, klatschen, Boss. Wir müssen den Helikopter nehmen, Jungs. Wir müssen abhauen, Jungs. Escape Room. Lasst uns reingehen. Meine Mutter. Sag nicht gegen Mutter. Geh nicht auf Mutter. Boah, ich sehe nur Schüsse, Alter. Ich muss wieder raus. Ich muss wieder raus. Hier, ich habe Fisch. Nimm Fisch, nimm Fisch. Ich habe die gedroppt. Ehre. Okay, wir haben ein paar geknallt. Ich knall weiter. Ich bin schon weit, Jungs. Kommt. Ja, die sind mit ihrem schwarzen Anzug mies getarnt. FBI, open up. Brax fliegt. Er hat einen Führerschein gemacht. In Albanien damit. Er hat gekauft, Jungs. Okay, let's go. Apart. Da hast du einen Knopf. Müssen wir den vielleicht drücken? Escape, Bruder. Ich drücke. Lass mal fliegen. Man kann nicht fliegen. Ich glaube, man kann nicht. Das ist einfach nur so da. Das war nicht. Das ist ehrenlos, Jungs. Das war so richtig ehrenlos. Schade. Freunde, lass gerne Like und Abo da. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.